Das ist ein Ruhe-Derby. Es ist das einzige Libia-Derby, das die Bundesliga in diesem Jahr zu bieten hat. Es gibt lokalen Pryde, und die Besucher von Borgum sind noch nicht sicher aus der Droppe. Und mindestens 8100 Blau-Weiße-Fans begleiten uns. Die Ausgangslage ist klar. Wenn wir gewinnen, dann wäre der Klassenerhalt geschafft. Egal was Stuttgart gegen Wolfsburg macht. Der Job ist fast fertig, aber noch nicht. Hasano sucht, Polter! Strikes first on der Derby Day! Dritte Minute! Der Vf in Bochum 1848 führt in Dortmund. Just as he did in the Reverse-Finksture! Natürlich wird Bochum nicht aufgeben. Der Hitsch ist groß. Oh, das ist brilliantly gebrannt! Das ist ein fantastischer Streik! Und da ist die Hand dran! Da ist die Hand dran! Und es gibt Elfmeter für Bochum! Für Milos Pantovic! Gegen Marvin Hitz Pantovic! Und der ist drin! 85. Minute! Vor den eigenen Fans, vor mindestens 8000! Das war's! Der Vf in Bochum 1848 gewinnt und das Revier-Dorby in Dortmund! Der Vf in Bochum 1848 gewinnt! 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 Der Vf in Bochum 2048 gewinnt! Der Vf in Bochum 2155 gewinnt! Den Vf in Bochum 225 gewinnt! Verw thanks for the One-Zhást! Der Vf in Bochum 215 gewinnt! Applaus 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 Alle, alle, alle! 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 Alle, alle, alle!